Im Rahmen der Normalverteilung werden wir uns in diesem Tutorial anschauen, wie man bei einer gauschen Glockenkurve den Hochpunkt und die Wendepunkte bestimmt bzw. rechnerisch nachweist. Bevor wir gleich zu den Beispielaufgaben gehen, wäre es vielleicht wichtig, dass wir uns noch einige dieser Eigenschaften der Normalverteilung anschauen. In erster Reihe wird der Kurve im Verlauf einer Normalverteilung mit Hilfe einer besonderen Exponentialfunktion beschrieben. Und die wollen wir uns jetzt hier rechts nochmal kurz anschauen. Also ein möglicher Kurve im Verlauf sieht dann so aus. Diese Kurve nennt man auch Gauscher Glocke, wenn der Funktionsterm dieser Kurve wie folgt aussieht. Ich weiß, es gibt auch schönere Exponentialfunktionen auf dieser Welt. Allerdings, wenn man sich diesen Funktionsterm ein bisschen genauer anschaut, neben der Variable x und ein paar Konstanten gibt es eigentlich nur zwei Parameter, die diesen Kurvenverlauf beeinflussen. Einmal mit grün dargestellt, Mu, und einmal mit blau, Sigma. Zur Erinnerung, Mu war der Erwartungswert. Und am Schaubild ist der Erwartungswert genau die x-Koordinate vom Hochpunkt. Ganz gut hier vorzustellen, glaube ich. Und Sigma, die sogenannte Standardabweichung, hat was mit den Wendepunkten zu tun. Und zwar, wenn wir uns an diesem Schaubild die Wendepunkte vorstellen, dann werden sie ungefähr hier sein. Und mit Hilfe von Sigma, also dieser Standardabweichung, kann man auch die x-Koordinaten dieser Wendepunkte bestimmen. Und zwar, man geht einfach von Mu einmal Sigma nach links und 1 Sigma nach rechts und dann hat man auch die x-Koordinaten dieser Wendepunkte. Außerdem ist dieser Funktion, phi von x, natürlich eine Dichte-Funktion. Das bedeutet, die Fläche, die dieser Funktion mit der x-Achse einschließt, von Minus bis Plus und Endlich, ist natürlich 1. Einen kleinen Hinweis an dieser Stelle. Die Tatsache, dass die gaussische Glockenkurve eine Dichte-Funktion, werden wir in diesem Tutorial nicht nutzen. Allerdings ist es eine sehr wichtige Eigenschaft für viele andere anwendungsorientierte Aufgaben. Fangen wir doch mal mit einer leichten Beispielaufgabe an. Ich überfliege kurz die Aufgabenstellung. Eine Zufallsgröße x ist normal verteilt mit phi von x, gibt den Term der Dichte-Funktion an und skizziere die zugehörige Glockenkurve mithilfe des Hochpunktes und der Wendepunkte. Es ist ja klar, um diese Aufgabenstellung zu bewältigen, brauchen wir erstmal einen Funktionsterm. Zur Erinnerung, das war die allgemeine Formel, die wir dafür benutzen. Und nicht vergessen, in der Aufgabenstellung ist bereits erkennbar, was Mu und Sigma sind. Also Erwartungswert und Standardabweichung sind gegeben. Und das schreiben wir natürlich auch als erstes in. Also aus der Aufgabenstellung können wir dann erkennen, dass unser Erwartungswert Mu bei 3 liegt und die Standardabweichung Sigma bei 1. Und damit können wir natürlich jetzt einen Funktionsterm aufstellen. Also wir setzen praktisch in dieser Funktionsgleichung, die jetzt hier rechts steht, und dann haben wir Phi von X ist gleich 1 durch 1 mal Wurzel 2 Pi mal I hoch Minus. Oben im Zähler kommt dann X minus 3 ins Quadrat durch 2 mal 1 hoch 2. Und das Einzige, was man mit diesem Funktionsterm noch machen könnte, ist ein bisschen zusammenfassen, ist für später beim Eintippen-Taschenrechten natürlich ein bisschen günstiger. Also vorne haben wir da nur noch 1 durch Wurzel aus 2 Pi. Und oben bei der E-Funktion unter dem Nenner haben wir 2 mal 1 hoch 2 sind 2. Und das Ganze können wir auch nach vorne vor der Klammer ziehen als minus 1,5. Übrigens, die 1, die ich da geschrieben habe, steht hier unsichtbar vor der Klammer. Und dann mal diese Klammer mit X minus 3 hoch 2. Und das ist unser sauberer Funktionsterm. Als nächstes will die Aufgabenstellung von uns, dass wir die zugehörige Glockenkurve skizzieren. Naja, dafür nehmen wir ein Koordinanzsystem und um natürlich dieser Hochpunkt bzw. die Wendepunkte einzutragen, brauchen wir erstmal Y-Koordinaten dazu. Okay, wir wissen jetzt anhand der Eigenschaften der Glockenkurve, dass der Erwartungswert genau die X-Koordinate vom Hochpunkt ist. Das bedeutet, wenn wir diesen Erwartungswert in unser Funktionsterm hier einsetzen, kurz gesagt V von 3 ausrechnen, dann haben wir die Y-Koordinate von diesem Hochpunkt. Wenn ihr das Ganze jetzt in den Taschenrechner eintippt, also für X entsprechend die 3, dann wird ungefähr 0,40 rauskommen. Und das können wir auch als Punkt in unser Koordinatsystem eintragen. Also bei 3 sind wir bei ungefähr 0,4. Das schätze ich mal grob hier an dieser Stelle. Außerdem brauchen wir noch die Y-Koordinaten dieser zwei Wendepunkte. Natürlich müssen wir dafür zuerst die Wendepunkte bestimmen. Zur Erinnerung, die X-Koordinate von dieser Wendepunkte kann man bestimmen mit Erwartungswert plus minus Standardabweichung. Und genau in dieser Formel setze ich jetzt auch ein und bestimme X1 und X2, also meine Wendestellen. Und dann haben wir einmal 3 minus 1 ist natürlich 2. Da wäre die erste Wendestelle. Und einmal 3 plus 1 sind natürlich 4. Das ist die zweite Wendestelle. Entsprechend können wir dann auch die passende Y-Koordinate bestimmen, den wir einfach in dieser Dichtefunktion einsetzen. Also wir berechnen phi von 2 und entsprechen phi von 4. Und weil diese Wendestellen symmetrisch sind zum Hochpunkt, reicht es, wenn wir eine Y-Koordinate bestimmen. Und die liegt bei 0,24. Gilt selbstverständlich für beide. Dieser Wert habe ich natürlich mit dem Taschenrechner bestimmt. Und jetzt tragen wir diese zwei Werte hier noch ein in unser Koordinatensystem. Also der erste Wendepunkt war bei 2 und 0,24. Wird wohl ungefähr grob hier sein. Und der zweite Wert ungefähr hier sein. Damit ich beim Skizzieren totaler Reihenfall vermeide, habe ich natürlich die Kurve schon vorbereitet. Sieht dann ungefähr so aus. Und vielleicht als kleiner Hinweis, wenn ihr diese Kurve freihandskizzieren müsst, passt bitte auf, dass ihr die X-Achse nicht berührt, beziehungsweise nicht schneidet. Die Gausche-Glocken-Kurve liegt natürlich immer über der X-Achse im positiven Bereich und nähert sich nur nach links und nach rechts gegen diese X-Achse. Die letzte Beispielaufgabe ist natürlich ein bisschen interessanter. Ich überfliege kurz die Aufgabenstellung. Eine Zufallsgröße X ist normal verteilt mit Phi von X. Weise rechnen wir nach, dass bei Phi von X die Extremstelle bei X gleich Mu und die Wendestellen bei X gleich Mu plus minus Sigma liegen. Und noch ein Hinweis in der Aufgabenstellung, auf die hinreichende Bedingungen wird verzichtet. Wenn ihr euch nicht erinnern könnt, was damit gemeint ist, keine Sorge, später im Laufe der Aufgabe werden wir das klären. Um diese Aufgabenstellung zu bewältigen, braucht ihr in erster Reihe diesen allgemeinen Funktionsterm, den ich jetzt zur Erinnerung rechts eingeblendet habe. Und als nächstes sollte euch auffallen, dass eigentlich Mu und Sigma gegeben sind. Also wenn ihr genauer hier die Funktion anschaut, dann könnt ihr diese zwei Parameter schon rausschreiben. Also entsprechend wäre der Erwartungswert bei 12 und die Standardabweichung Sigma bei 2. Tja, damit können wir auch von diesem Hochpunkt die Stelle hinschreiben. Also ich bezeichne es jetzt allgemein mit Xh und das ist ja unser Erwartungswert, also 12. Und die Wendepunkte bezeichne ich jetzt mit X1 und X2. X1 ist dann entsprechend 12 minus Sigma. 12 minus 2 sind natürlich 10. Und X2 ist natürlich 12 plus 2 sind 14. Und auch wenn wir diese Stellen jetzt bereits kennen, wir müssen sie anhand der Aufgabenstellung rechnerisch nachweisen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall für diese 4 von X einen Funktionsterm. Also wir nehmen jetzt Mu und Sigma und setzen sie ein in diese allgemeine Gleichung. Entsprechend haben wir dann Phi von X. Also Phi von X ist gleich 1 durch 2 Wurzel aus 2 Pi mal E hoch minus oben im Zähler steht dann X minus 12 ins Quadrat durch 2 mal 2 hoch 2. Ja, das ist unser Funktionsterm. Allerdings könnten wir es noch ein bisschen zusammenfassen und schöner schreiben. Also vorne bei dieser Konstante kann man eigentlich nichts machen. Ich schreibe das nur ab. 1 durch 2 Wurzel aus 2 Pi. Aber oben Exponenten bei der E-Funktion kann man noch ein bisschen was machen. In erster Reihe haben wir unten Nenner 2 mal 2 hoch 2. Das sind ja natürlich 8. Und das können wir nach vorne schreiben und das Ganze auch so darstellen als minus ein Achtel. Also vor der Klammer oben steht hier eine unsichtbare 1. Deshalb kann man das auch so schreiben. Und dann in Klammer bleibt nur noch X minus 12 und hoch 2. Als nächstes, vergiss nicht, wir müssen die Extrem- bzw. Wendestellen nachweisen. Egal ob man sie jetzt nur nachweisen muss oder auch rechnisch bestimmen muss, braucht man die Ableitung. Die Frage ist jetzt nur, wie viele Ableitungen. Die Aufgabenstellung tut uns ein kleines Gefallen an dieser Stelle. Und zwar, sie verlangen keine hinreichenden Bedingungen. Vor allem in Bezug auf die Wendepunkte ist das vorteilhaft, weil wir brauchen für den Nachweis nicht die dritte Ableitung. Kurz gesagt, wir müssen nur zwei Ableitungen bilden. Es handelt sich bei dieser Funktion um eine natürliche Exponentialfunktion. Und dieser Vorfaktor vor dem E, 1 durch 2 Wurzel 2 Pi, ist natürlich eine Konstante. Aus diesem Grund brauchen wir zum Ableiten nur eine Regel, und zwar die Kettenregel. Zur Erinnerung, für den Fall, dass ihr das vergessen habt, hier rechts ist noch die allgemeine Formel der Kettenregel eingeblendet. Das bedeutet, äußere Funktion abgeleitet, mal innere Funktion abgeleitet. Und genau das werden wir auch hier machen. Also wir haben dann, phi' von x ist gleich. Zur Erinnerung. Bei einer natürlichen Exponentialfunktion, bleibt die äußere Funktion immer gleich beim Ableiten. Das bedeutet, in erster Reihe können wir diesen Term in Vorderplacht und Glanz abschreiben. Und das mache ich jetzt auch. Also wir haben dann e hoch minus 1 Achtel, mal x minus 12 hoch 2. Und jetzt kommt mal die innere Ableitung. Dadurch ist natürlich gemeint, die Ableitung der Hochzahl oder des Exponenten. Das ist wiederum selbst eine verkettete Funktion. Also wir fangen auch hier mit der äußeren an. Die 2 geht nach vorne, zu dem 1 Achtel. Das sind dann 2 Achtel, was wiederum gekürzt 1 Viertel ist. Also wir haben dann praktisch minus 1 Viertel. Dann wird die Klammer abgeschrieben. Und die neue Hochzahl wäre hoch 1. Muss man natürlich nicht hinschreiben. Ich schreibe es jetzt nur vollständiger zahlbar hin. Und außerdem hätte diese Funktion theoretisch noch eine innere Ableitung. Dass es x minus 12 abgeleitet sind, aber 1, deshalb mal 1 hier zu schreiben, macht auch keinen Sinn. Ich schreibe es nur vollständiger zahlbar. Dann können wir das Ganze nochmal ein bisschen zusammenfassen. Also, diesen ganzen Term hier kann man eigentlich auch nach vorne ziehen. Und mit dieser 1 durch 2 Wurzel 2 Pi zusammenfassen. Entsprechend wird das Ganze dann so aussehen. Vorne steht ein Minuszeichen. Dann haben wir 1 durch 4 mal 2. Im Nenner miteinander multipliziert sind dann 8 Wurzel 2 Pi. Dann schreibe ich nochmal diese Klammer ab. x minus 12. Und dann folgt unsere Exponentialfunktion. Also, e hoch minus 1 Achtel x minus 12 hoch 2. Und das wäre dann die erste Ableitung. Und weil wir jetzt diese erste Ableitung haben, können wir auch nachweisen, dass diese Extremstelle, in diesem Fall diesen Hochpunkt, tatsächlich auch existiert. Also, die x-Koordinate vom Hochpunkt ist bei 12. Und zur Erinnerung, wenn man diese x-Koordinate in der ersten Ableitung einsetzt, es handelt sich um eine Extremstelle, also, muss die erste Ableitung den Wert 0 einnehmen. Und genau das passiert auch. Ja, natürlich könnt ihr auch so Schritt für Schritt zusammenfassen, aber man kann das Ganze dann auch in den Taschenrechner eintippen, wenn man sich unsicher ist. Allerdings erkennt man schon beim ersten Blick, wenn wir jetzt die 12 einsetzen, dass tatsächlich 0 rauskommt. Ich sage kurz gleich was dazu. Also, spätestens hier bei diesem Term. Könnt ihr erkennen, 12 minus 12 ist 0 und irgendwas multipliziert mit 0 ergibt 0. Damit ist eigentlich dieser Extremstelle schon nachgewiesen. Übrigens, die zweite Ableitung zum Beweis des Hochpunkts brauchen wir nicht, weil uns die Aufgabenstellung schon von vornherein sagt, wir brauchen keine hinreichende Bedingung zu überprüfen. Also, damit ist die erste Sache schon erledigt. Noch einen kleinen Hinweis an dieser Stelle. Wenn die Aufgabenstellung von euch verlangen würde, diesen Hochpunkt rechnerlich zu bestimmen, dann wäre fast genauso einfach das Ganze. Ihr würdet jetzt einfach die erste Ableitung gleich 0 setzen und dann mit Sicherheit kommt für x12 raus. Allerdings haben wir eigentlich an dieser Stelle noch andere Sorgen. Wir müssen noch nachweisen, dass die Wendestellen gelten. Okay, dafür brauchen wir natürlich die zweite Ableitung. Sie ist natürlich nicht so angenehm wie die erste Ableitung. Und zwar, wenn wir uns die erste Ableitung ein bisschen genauer anschauen, dann solltet ihr merken, dass sie aus einem Produkt aus zwei Termen besteht. Und beide diese Terme beinhalten die Variable x. Das bedeutet, die Regel, die wir für die zweite Ableitung brauchen, heißt Produktregel. Zur Erinnerung, nochmal hier an der Seite rechts kurz eingeblendet. Wobei, in unserem Fall ist das hier u und das hier v. Und damit legen wir auch gleich los. Also, phi' von x ist gleich. Wir fangen an mit u'. Wenn wir u ableiten, dann bleibt ja nur noch diese Konstante hier vorne übrig. Alternativ, wenn ihr das nicht auf Anhieb sieht, dann könnt ihr gerne zuerst die Klammer auflösen und dann ableiten. Dann werdet ihr merken, dass eigentlich nur noch diese Konstante hier übrig bleibt. Mal v, also mal die i-Funktion. x minus 12 hoch 2. Und dann plus u, aber u ist negativ, deshalb plus minus ergibt minus. 1 durch 8 Wurzel 2pi mal x minus 12. Also, das war unser u. Und jetzt mal v'. Also, wir müssen die i-Funktion nochmal ableiten. Deshalb schreibe ich sie erstmal unverändert ab. Das ist ja wiederum eine verkehrte Funktion. Und dann kommt mal die innere Ableitung und die haben wir eigentlich schon geklärt hier oben. es ist dann minus ein Viertel mal x minus 12. Das wäre die innere Ableitung von dieser i-Funktion. Im Normalfall könntet ihr natürlich jetzt diese Wendestellen in dieser zweiten Ableitung einsetzen und schauen, ob 0 rauskommt. Allerdings, weil es manchmal notwendig ist, will ich an dieser Stelle nochmal diesen Term der zweiten Ableitung ein bisschen zusammenfassen. Und ich glaube, die 30 Sekunden sind es noch wert. Das heißt, um diesen Term zu vereinfachen, muss man eigentlich hier ein bisschen schauen, was die einzelnen Terme in der zweiten Ableitung gemeinsam haben. Der erste Term bei näheren Hinschauen wiederholt sich komplett in dem zweiten. Das bedeutet, diese ganze Geschichte hier finden wir auch hier drinnen. Also minus 1 durch 8 Wurzel 2 Pi. Und die E-Funktion ist natürlich auch noch da. Deshalb klammern wir das aus oder ziehen wir das Ganze nach vorne und haben dann minus 1 durch 8 Wurzel 2 Pi mal die E-Funktion also E hoch minus 1 Achtel x minus 12 hoch 2 und dann Klammer auf. Auf der linken Seite haben wir alles weggenommen oder ausgeklammert. Deshalb bleibt natürlich nur eine 1 stehen. Auf der rechten Seite haben wir zweimal diese Klammer mit x minus 12 miteinander multipliziert also das ist die Klammer dann mit hoch 2 außerdem noch diesen minus 1 Viertel also das Ganze sieht dann so aus minus 1 Viertel mal x minus 12 hoch 2 und das sieht schon ein bisschen besser aus zum Beispiel in dieser Form könnte man dann auch die Wendepunkte bestimmen wenn wir das Ganze hier gleich 0 setzen dann kann man auch mit dem Satz vom Nullprodukt problemlos die Wendepunkte bestimmen und das ist der Vorteil dieser Zusammenfassung. Allerdings wir führen das noch zu Ende was uns interessiert hat und zwar den Nachweis für die Wendepunkte also wir setzen jetzt die zwei Wendestellen in die zweite Ableitung Einmal Einmal hatten wir als Wendestelle die 10 und wenn ihr das Ganze in Taschenrechten eintippt mit Sicherheit wird 0 rauskommen und genau das gleiche wird auch mit 14 passieren Damit wäre dann die Aufgabenstellung erfüllt Zum Schluss noch ein paar Hinweise Natürlich ist es als Grundlage wichtig dass ihr wisst was eine stetige Zufallsgröße ist beziehungsweise die Eigenschaften der Dichtefunktion kennt Außerdem in Bezug auf die Normalverteilung ist natürlich auch wichtig der Umgang mit dem Taschenrechner egal ob es jetzt ein wissenschaftlicher Taschenrechner ist oder ein grafischer Taschenrechner Interessant sind auch noch die Umkehraufgaben zur Normalverteilung sowie der Satz von De Moivre und Laplace Wenn Bedarf Tutorials zu alle dieser Themen findet ihr gleich im Abspann Und wenn euch dieses Video geholfen hat vergisst nicht Ein Like ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts